einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde ja ganz kurz gutes video ja weihnachten steht vor der tür ja die schönste zeit des jahres wo alle familien zusammenkommen dürfen mit corona bestimmungen und regeln aber das ist nicht das thema dieses videos ich würde euch will euch nur eine schöne weihnachtszeit wünschen ich hoffe ihr kommt ihr werdet reich beschenkt ihr bekommt das was ihr euch gewünscht habt neuen gaming pc neue monitor tastatur neues spiel und ja einfach frohe weihnachten wünsche ich euch bleibt gesund bleibt munter halt durch es werden bald auch mal bessere tage kommen aber in der sicht frohe weihnachten und bleibt gesund und munter wir hören und lesen und spätestens wieder nach weihnachten vielleicht auch ja ja genau nach weihnachten wird mir auch eine auszeit nehmen und bis dahin wünsche ich euch weihnachten ist das licht der freunde und der fitness und ja frohe weihnachten und ein also dieses mit neuen glückliches jahr noch nicht das kommt da kommt noch ein video aber frohe weihnachten ich bin mal raus ich wünsche euch was wir sehen ciao ciao So.